da sind wir wieder und willkommen zurück zu awakening so wir haben beim letzten mal den enthalten hier reingelegt da schauen wir uns jetzt um so neue aufgabe gibt dem schmied die business sphäre es sollte das geben wo ich selber nicht weiß was das ist wir nehmen erstmal das kalpel mit das ist immer gut was haben wir hier ihr fehlt wohl ein teil sag bloß was könnte das sein das hier einpassen könnte ich sehe es nicht okay und mehr scheint es hier aber auch nicht zu geben okay so aber um sie schon die köpfe da sind wir die mal los ich nehme mit was steht da ich stelle eben das ist etwas aufgeleuchtet originaltext zwerge durchgestrichen mit feiken ersetzt das ist wohl besagte sphäre ja wir sind die kleinigkeiten finden zeig finde alle unten aufgefilten objekte natürlich okay gut dann starten wir mal gehen hier ja ist er mal drin erstmal die ach okay wir müssen das erstmal vertauschen okay so zusammen hier ist auch was hier ist auch was okay haben wir irgendwas davon schon hier unten am start das war es wohl nicht ich sehe jetzt nichts hier kümmern wir uns erstmal hier drüben so äh okay hm worum geht es auch welche die bücher vertauschen ich würde jetzt sagen hier oben dran ne ah ja okay ja jetzt ist hier das ist da das ist okay der hier ist auch okay und die beiden noch vertauscht so ne wie schön den kenne ich den habe ich schon mal gesehen okay alles klar du kannst auch was machen was denn das ist gut was haben wir denn hier drüben okay ähm dich sehe ich da schon gut ähm dich sehe ich auch ähm du bist doch du bist auch da drin okay das war schon alles okay ja cool so was haben wir hier ach du liebe Zeit so das ist eine Menge Bilder die finde ich irgendwie cool gemacht ne so das muss man ganz so mir einfach dass man nicht so einfach ankommt sondern vielleicht halt eben noch so ein paar Aufgaben erledigen muss finde ich schon cool ja ich mag diese Musik das Wasserrat der Zwerge versorgt die Schmiede mit Energie ja die nehmen wir mal mit so ja das ist die Sphäre aufgefüllt so ähm ich sehe ich da ähm mehr ist da nicht drin hier haben wir das rote Gedingense und den Drachen das ist da Punkt ist da auch okay und fertig mit dem Buch jawoll und ich nehme auch mit juhu alles erledigt ah dieser Teil könnte nützlich sein eine Wissensfehler dieses Teil oh tippe auf eine bliebige Stille das das Buch wehrt sich gegen mich was ist da los es war einmal ein mächtiger Hexenmeister der in einer düsteren Festung im Herzen des Waldes der roten Blätter lebte ja seine Grammatik seine Grausamkeit bescherte ihm sein tragisches Ende in seinem Streben die Welt der Sterblichen zu kontrollieren teilte er sich in viele kleine Stücke gelagert in Tesserakt Prismen fanden seine Teile als Amulette den Weg in die ganze Welt den Trägern dieser Amulette verlieher große Zauberkräfte im Gegenzug mussten die Dreadmire ihre Seelen lassen sie 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 wer sie achso die die Amulette hatten wenn sie sich weigerten nahm er ihr Leben das ist ja toll das ist ja spitze ok und wir haben schon wieder was gefunden eine Schattenfigur was haben wir dort was haben wir dort mit eine Rundstafel zu kurz um dran zu ziehen wir haben aber sie die also sie die das auch die hat sie Der Kuppenkopf ist von der Totem, kommt weiter. Was ist denn heute los? Das sind von der Löcher. Der Tonig können ja nicht gefüllt werden. Leere Wachstums. Nee, das funktioniert nicht. Und hier fehlen auch Farben. Ja, nee, das geht nicht. Das Modell hat überall Löcher. Löcherstäbchen. Nee, so kommen wir nicht weiter. Gut, okay. Und das da hatten wir gerade, ne? Ja, das hatten wir gerade. Okay. So, da kommen wir hier. Moment, nicht weiter, ne? Das sieht ja so aus. Da können wir rausgucken. Nee, mehr ist hier nicht. Okay. So, zurück zur Ortsmitte. Nö, ich würde gerne erstmal gucken. Ah, okay. Wähle die Holztafel in der richtigen Reihenfolge aus. Auf der rechten Seite findest du Hinweise. Beginne mit der roten, markierten Zentauer-Tafel unten links. Okay. Also Zentauer, dann eine Kanone. Dann ein Gaumen, dann ein Häuschen. Das funktioniert doch schon nicht. So. Ist das richtig? Ja, meckert sie mir jetzt nicht. So. Muss ich hin? Da oben. So ungefähr. Der, 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 der. Ja, nee, jetzt komme ich nicht weiter, ne? Der ist falsch, oder? Ist das richtig? Ja, offensichtlich nicht. Sonst wäre nur irgendwas passiert. Auf der Seite sind seltsame Muster. Okay. Hä? Vielleicht klaffe ich es doch einfach nicht. Wähle die Holztafel und legge den Reihenfolge auf. Auf der rechten Seite findest du Hinweise. Und in der anderen Zentauer-Tafel. Ach so, kann das sein, dass das von oben nach unten geht? Wenn ich noch einmal zurück. So, und das heißt, der Turm ist das nächste. Turm, dann Baum, dann so, irgendwie rum. Turm, Baum, Kanona. So, wenn ich jetzt den Zentauer nenne, es geht mit der, weil hier befindet sich kein Turm. So, Turm, Baum, Kanona. Ja, geht mir nicht so. Da geht es auf die Normal? Nein, es geht nicht. Es geht nicht so. Zentauer, Turm, Baum, Kanona. Zentauer, Turm, Baum, Kanon, Zentauer. So ist es richtig. Na, siehste. Juhu. Und wir haben eine Figur. Der ist ja sehr schön. Der sieht aus wie ein Verteidigungsperm. Die Zentauer scheinen sich zu finden. Ach hier, warte mal. Der kann ich denn jetzt beschreiben. Siehste. Die Linse allein nützt mir nichts. Was? So. Ich muss ein Buch wieder drauf. Ja, sehr gut. Siehste. Hammer alles, ne? So, hier kann ich was denn kochen. Die wollen nicht verhaben. Dufteln blumen, aber nett. So. So, hier war Wachsdose. Ne? Kannst du das schon einheizen? Juhu. Ja, mein Wachs. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. So. Damit haben wir jetzt ein schmieriges Wachs. Das ist wohl. Können wir uns die Füße mit eincremen. Das ist spitze. Ich kann noch mehr kochen. Hm. Immer noch nicht die Dufte mit oben. Ja, mehr können wir erstmal nicht kochen. So. Sollen wir schon mal die Figur zurückgeben? Das wäre vielleicht ganz nett, ne? Das will ich getan haben. Wir hatten hier die Neigung, uns zuwollt zu werden. Ach so, er sollt euch die Niveaus in Sphäre überkommen, ne? This sphere has all the information you need. Look through it, and I'll show you. Aha. We do. This is the Friendship statue. It protects the path beyond it by using the magic of the mountain mists. And past this gateway lies the Dwarfen village. Hm. Cool. Habe ich mir schon gedacht, aber ja, läuft. To forge the blade of courage, you shall need to find the Dwarfen forge. It is powered by a large waterwheel in the center of their town. Hm. Aber so weit sind wir ja nach lange nicht. Aber danke schon mal für die Vorwarnung. The blade of courage can only be made in the Dwarfen forge. To create it, we require some moonsilver ore. Hm. Okay. Lastly, I need to be present to create the blade. Accessing the forge is a challenging problem indeed. Hm. Okay, ja. Und wie die Zwerge sind, das wahrscheinlich nicht besonders wohlgesandt noch. Hier, use this coin on the diorama in the library. You'll find out more. Am diorama? My people are at war with the dwarves. And the statue of friendship has been destroyed. I apologize. The story is too painful to tell. A lot was taken from us since the war. Äh, ich dachte es mir schon. Ja, neue, äh, finde einen Weg in die Zwergestadt. Ja, allerdings. Gut, ja, äh, ich will zu sehen, was ich tun kann. So, in die Bibliothek. Am diorama. In der Bibliothek. Was ist denn bitte ein Diorama? Das hier? Nee. Hä? Was ist denn ein Diorama? Hier wohl kaum. Halt, warte mal. Der ist doch, passt der Pfeil da rein? Ah, der Pfeil passt doch rein. Sehr gut. So, morgen haben wir doch den Zentaur. Was ist denn ein Diorama? Hier findet irgendwas. Was? Was passt hier auch nicht hin? Echt? Hm. Okay. Lauf mich nicht hin? Nein. Ach was? Nein. Was mache? Habe ich mir nur gedacht. Was ist denn eine Diorama? Da gibt's nur dort hin? Okay. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gibt's nur hier noch mehr? Gibt's nur noch das? Da gibt's nur noch das. Ja. Okay. Ne. Weiß ich erst mal nicht. Na schön. Hier können wir noch was kochen. Super. Hier können wir noch was. Was können wir denn hin? Ach, das ist ja genau. Das war diese Geschichte. Ja, ja, ja. Ja, schon klar. Ich möchte das jetzt nicht untersuchen. Nein. Ob ausräuchern? Auch nicht. Blumen? Auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Hm. Da oben. Das hier war kalt, ne? Ach, hier, guck mal. Da ist noch eine Frau drin. Sie sollte sich gleich mit dem Herz kleben. Tatsächlich, das geht. Das ist ja normal. Okay, also im richtigen Leben funktioniert das nicht. Nein. Nein. Sie hat jetzt die ganze Hütte übergebruchert. So, Caridys. Oh, nein. Ich kann aber ganz einfach, ne? Ja, das ist, genau. Das Buch der Pfeil von Redmire. Irgendwas werden wir hier noch mitmachen müssen. Das hat die ganze Hütte verzogen. Oh, Gott. Und auch hier wieder ein Hinweis auf das Tote. Hm. Okay, gehen wir erstmal zurück in die Bibliothek und bringen den Zentaurant zurück. So, gucken wir, was es das bringt. Und? Nichts bringt uns das. Was? Hier muss irgendwas... Ach, hier muss der Pollen rein? Oder war das tatsächlich? Okay, okay. Geil. Super. Zurück. Was? Tippe auf die Knöpfe, um die Objekte in die Orame zu drehen. Wähle jeweils das Objekt aus, das am besten in die Umgebung passt. Was? Eins. Gute Freunde entschieden, sich die beiden Völker gemeinsam an der Sitzung festzudrücken. So. Was? Herr Kuhn, die abenteuerlichen Zweckkönigin leitet die Expedition. Position. Aha. Achso. Okay. Ja. Gut, das wird wohl das ein, weil es am besten zu den Seiten lassen. Hier oben. Dann muss doch der Bösewicht erscheinen, ne? Eigentlich. Ja, nee. Er da, das ist doch der Bösewicht. Okay, gut. So, was wird so unterdreht? Okay. Nee, die Zweckkönigin leitet sie, aber das passt auch. Die Zweckkönigin leitet sie die Expedition. Wann alles die Teilnehmer? Die nicht. Möglicherweise? Möglich? Nein. Ich lasse es mal bei ihm. So, das ist das hier. Das hatten wir eben schon. Ja, schon klar. Jetzt bleibst du. Er ist hier. Was ist das? Eisbär? Ja. Aber ich nehme mich. Was ist das denn? Was soll das darstellen? Äh, man weiß es nicht. Und das dreht das aus. Oh, okay. Das war's schon. Okay. Hey. So, was nun? Ich sehe Bände, die vertauscht werden müssen. Wieder ein Objekt, um es zu drehen. wie die letztlichen Objekte aus die Investitionergebung passen. Alles klar? Drehen. Du passt da hinein. Du passt da hinein. Ja, könnte passen. Hier oben ist noch einer. Ja. Okay. Du trägst so etwas. Du trägst den selben Helm, ne? Ja. Ja. Zwillinge. Hey. Du bist doch der König, nein? Ja. Du bist die äh, Zwänklinin? Ja. Passt. Mir gehört, äh, könnte hinkommen. Nein. Ja, das passt besser. Das Dreieck passt dazu. Hier. Hm. Ja, dasselbe Fenster. Und hier, das da. Nein. 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 Das ist es. Okay, irgendwas passt noch nicht. Äh, genau. Ja, da sollte doch ein anderes Fenster hinkommen. Nein, das ist dieses, andere Tür. hier. Nee, das ist schon die hier. Okay, so. Ähm. Das passt auch. Ist er wie ein anderer? Ist er nicht? Hm. Okay, aber das kann aber noch nicht stimmen. Nein, nein, nein. Was ist das hier? Die sind auch klar. das ist, äh, ja, auch klar, denke ich mal. Hm. Was stimmt da noch nicht? Ist es sie hier? Nö. Oh, ach, sie ist gestorben. Warum? Warum? Warum war das richtig? Hm. Na schön. Gut, also, was ist jetzt hier? Wenige die entsprechenden Objekte im Teorama, außer nur sagst, zu deutsch, platzierst du auf, wie es hinpasst. Loh. Was? Warte mal, nee, du musst da oben hin. Dich haben wir da oben gesehen. Ähm, der Schmied wird nähen müssen. Da oben, das kommt da oben hin. Der Brunnen war hier, da, du da. So, ne? Oder? Einmal sagen, so. Okay. Gut, was haben wir denn hier? Der König. Der König gehört in sein Schloss in die Zwergenstadt. Die Mühle hier am Wasserfall. Er mh. Dort empfiehlt mich. Der Frosch da. Oh, das stimmt tatsächlich. Na so, was? Okay. Versteht er? Ist das ein winziger Zettel? Der Bibliotheker scheint sehr detailverliebt zu sein. Ein winziger Zettel. Achso, den können wir jetzt mit der Mühle gelesen. Vielleicht haben die Zintaum, die Statuen, die haben in den drei Totems gesteckt. Okay. Wir haben Totems gefunden. Ja. Ja. zum Ausgraben, ne? Okay. Gut. Wir klappen sie einfach mal ab. Wie wäre das? So. Na ja, mal raus. Und hierhin. Was hier ist leider? Der, äh, der Totems? Oh Mist, es muss noch einen Weg geben, die Insekten auszuräuchern. Halt hier. Zack. Und jetzt darf ich dich noch mal bitten, wo bist du? Ja, sehr gut. Okay. Juhu. Wir haben das Gold gefunden und wir haben die Zentauentafel. was wir haben jetzt damit? Hm. Okay. So, die andere ist das diese hier. Weiß ich, ich finde jetzt heraus. Okay. Das ist für die Zwerge, die Tafel. Genau. So, dann haben wir eine hier. Nein, halt, halt, warte, 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 wo ist es so schräg? Hier, ja, wo, in die kommt er gar nicht? Doch, ab hier kommt er noch dran. Okay, alles klar. So, und diese Tafel. Okay. Ach ja, doch, ich weiß, die kommen an das Tor, natürlich. So, ähm, warte, wo war das Tor? Wo ist Hi? Tag Jungs, alles klar. So, genau, dahin. Hier kommt die dran. So, irgendwie so. Ja, okay, und das ist für die Chantau. Yee! So, Belagungskippen. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt hier. Okay, das sieht verdächtig neblich aus und verdächtig zerstört. Oh, repariere das Wasserrad. Mhm. Warte, ich hatte ja dieses Bier ausgetrunken. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Was ist das? Kaputte Tür. Okay. Äh, ja, aber wieso sollte da was drin sein? Hm, okay, schon gut. So, was haben wir da? Ein, ein, ein Karabiner, einfach nur ein Karabiner. Hier wird was gebrochen, bin unterwegs, repariere das Wasserrad. Ach so, klar. So, was haben wir da? Stinkende Socken. Hm, na, wie schön. Unglaublich. Ein paar Blätter drüber gestreut und schon duften sie nach Freichen. Ach, ich brauchte nur so nur die Wäscheklammer. Ach, mal dran. Eine Kaffeemühle. In der Tat. Ja, wer weiß jetzt nicht. und ein betrunkener Zwerg. Was ist das denn da? Wasserradpläne. Cool. Ähm, okay, na schön. Und ein Beutel mit, ähm, der Bart bedeckt seine ganze Züchte. Ein Beutel mit Schrauben und Muttern. Ah, okay, wie kriege ich denn hier wieder hoch? Hier, die Androhung von Gold. Nein. Hm. Wir könnten den Bart, ach nee, ernsthaft? Äh, er schläft mit offenem Mund. Hier bekomme ich den Kerl wach. Oh, Wir brauchen irgendwie Wasser oder so. Hm, lass uns erst mal da hochgehen. Ja. Oh nein, das ist kaputt. Aber da steht doch hier. Hi. Ja, kein Thema. Wir haben zufällig ein Rapp. Wisse. So, alles klar. Hi. Juhu. Das war schon mal gut. So, was nun? Was geht ab? Nasty Centaur-Magic, of course. It happened a few weeks ago. Hm. Okay, was ist passiert? Das ist doch der Typ. Ah. Das ist doch der Typ, den wir, den wir gesehen haben. And that's how the water wheel broke. Who knows why that Goblin appeared. But he must have been hired by those filthy Centaurs. Nee, ich fürchte, das war ich. Okay. What happened here, you ask? Hm. Ja, okay. Hä? Zieh das nochmal? Was? Ja, ja. Nee, ist schon okay. And that's how the water wheel broke. Okay. Who knows? Ja, nee, okay. Was sollen wir da mit ihm machen? Achso, hier, warte mal, wir können ihm den, nein, können wir ihn nicht geben. Okay, so. Kein Problem. Kriegen wir alles hin? Last time I checked, the engineer had both the custom bolts and the prints needed by the metal worker for the connector parts. Mhm. Ich bin vergeistert. So, das nehme ich mit. Schmutzige, was? Schmutzige Serviette. Mhm. So, das können wir ihm noch schon mal geben, oder? Können wir nicht. Können wir gar nicht. Okay. Kaputte Tür reicht auch nicht. Okay. Ja. Ähm, Okay. Thank you, lass. Achso. Nein, 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 nein. Alles gut. Okay. Okay. Wir müssen erstmal ein paar Sachen sammeln, bevor wir weiterkommen. Da unten geht es auch noch hin. Der Weg ist durch den Rebatum, ich mache es. Okay. Den haben wir da. Nicht immer mit. Jo, alles klar. Na? Wir haben die Pläne. Schon geklaut. Okay, gut. Hier kommen die Sachen rein. Die Maschinerie. Genau. Ja, okay. So, wir sehen uns erstmal weiter oben. Ach, das ist sehr gut. Das kann ich gut gebrauchen. Hier können wir die... Nein, können wir nicht. Warum nicht? Wir können die Tür nicht zersägen. Warum nicht? Die Säge, es muss irgendwie... So ist die Säge nicht funktionstüchtig. Ja, äh, kein Hinweis darauf, wie sie funktionstüchtig gemacht werden kann. Ich brauche wahrscheinlich erst einmal, dass, äh, die Kraft des Säges, ne? Aber der Fluss fließt ja... Äh, die Kraft des... Hä? Mann. Aber der Fluss fließt ja auch gar nicht. So wird das nicht klappen, nur. Was haben wir denn hier? Das Rad der Schubkarre fehlt. Karrenhandgriff. Nein. Seifig. Uh. Juhu. Wir haben ein sauberes Einverband. Gut. Ah, okay. Halt. Dann nehmen wir ein paar Beeren mit. Kaffeekirschen. Ach, wie schön. Wir braunen dem besoffenen Tölkel da vorne einen Kaffee zum Eingang der Festung. Nein, wir sehen uns erst weiter um. So wird das nichts hier. Oh, wie schön. Ah, okay. Das ist immer gut. Jawohl. Einmal Wasser. Ist immer gut. Das war mal eine Sonnenbrille. Die andere Hälfte des Glas fehlt. Hm. Der Griff fehlt. Anahe. Nein. Karrengriff. Anahe. Was ist mit dir? Ein Lufferschwamm. Hm. Wir brauchen ihm nicht nur einen Kaffee, sondern wir duschen ihn auch noch. Und reiben ihn ab. Okay. Ach, für dieses Tier, da brauchen wir den ähm, wo haben wir die Sonnenbrille. Verstehe. Ja, das wird im Moment aber noch nichts. So. Was haben wir denn? Ach, dann kommen wir da hin zurück. Dann kommen wir auch nur da hin zurück. Gut. Hier. An alle Bürger und Bürgerinnen. In der Mine kann man in letzter Zeit vermehrt so umfällt. Seid wachsam und ich kann so schnell nicht überlesen. Das scheint mir sehr seltene magische Fernseher zu sein. Ich werde sie mit der uns angenommen zu einer ganz besonderen Art Wasser befeuchten. Also auf jeden Fall nicht mit dieser. Hier fehlt ein Schlüssel, natürlich. Und das ist ein Kaffee-Röster. Dann lass uns doch mal erst die Kaffee-Kirschen rösten. So, erst mal aufheizen. Darf ich dich nur mal bitten? Willst du? Klasse. Okay, danke schön. So, damit haben wir Kaffee-Bohnen. Das ist sehr gut. Wir können ihm also einen Kaffee braun und danach haben wir ihn mit dem Bluffer-Schwamm ab. Hey Jungs. Na? Grüß Gott, Traveller. Grüß Gott. Besucher sind nicht, die Paläse ohne einen Pass. Kingdom, Politik und all das. Natürlich, kein Thema. Okay, wir gehen das mal zurück. Gut, wir haben ja ohnehin schon mitzutun. Also insofern alle gut. Hochwand, Metallverarmatung, Waffenshow, rüsten dich gegen die Zentralbank. Wahrscheinlich rufen wir mit dem Gong den Ladenmusitzer. Okay. Perhaps something else. Yes. Okay, something else. Hier kannst du uns so. Hmm. Verstehe. Wie gewonnen. Well, don't just stand there. Come on in. Right this way. Natürlich. Sehr gerne. So, Metallverarbeitung. Oh, und da gibt es ein neues Wimmelbild. Ja, sehr gut. So, wir brauchen... Oh, da wird noch gar nichts angezeigt. Okay. Müssen wir rein nach Gefühl gehen. Das ist es nicht. Ähm, was ist hier? Die Kiste ist fest vernagelt. Okay, schon gut. Da braucht es auch Dinger. Ja, andere Dinger zu uns zusammenstecken. Da hinten. Ein Zahnrad. Immer hin. Er beprüft, ob das Teil komplett ist. Piddy, die Parts, die du brauchst, die nicht zusammenstecken. Die Blueprints sind bereit. Aber, hand mir ein Part und ich werde dir ob es richtig ist. Let's do this one by one. Natürlich. Sehr schön. Äh, okay, alles klar. Gut. Äh, was haben wir hier? Nahe Ansicht. Da ist... Ach so. Okay, einfach zusammensetzen. Gut, sehr gerne. Juhu! Ein Mäuserich. Laut Plan ist dieses Dings noch nicht fertig. Da muss man nämlich Dinger einsetzen und das Teil müssen wir noch finden. Okay. Ja, ist gut. Ah, da ist nix, nix, nix. Wo kommst du denn von hinein? Hier zum Beispiel. Wie wäre das denn? Jee! Schlüssel dahin und ich nehme mal mit. Cool. So, hier kommen auch noch mehrere Dinge hinein. Alles klar. Welches war die Tour? Das hier war die Tour, ne? So, jawohl. Hier kommen auch noch mehrere Dinge hinein. Na, fantastisch. Das habe ich da aber schon gesehen. So, ne? Und du kommst jetzt hier ran. Ja, super. Okay, und du kommst dann auch da ran, Okay, Teil 1 haben wir schon mal. Sehr gut. Äh, du bist, nee, du bist nichts von all denen, ne? Nee, bist du nicht. Oh, okay, ja, gut, wo kommst du ran? Nicht hier. Vielleicht ist das doch ein bisschen komplexer als zunächst gedacht. Äh, nein, auch nicht. Okay. Du kommst da dran. Okay. So. Da dran. Und jetzt braucht es dann noch so ein Kartrat. Wo kommt das denn rein? Haben wir noch nicht gefunden, ne? Haben wir noch nicht gefunden. Aber Toas Hammer liegt hier auch rum. So. Du bist nicht der. Hm. Du bist nicht der. Du bist der. Okay. Okay. So. Die Reihenfolge scheint egal zu sein. Aber wo kommt das denn ran? Das ist, äh, hier nicht, da nicht. Nee. Ja. Oh, was ist da? Halt. Was war das? Wofür ist das? Äh, nein? Ja. Juhu. So. Erstpart. Ach, kann man das gehen? Nee, können wir nicht. Äh, okay. Wo setze ich denn das ganze, das Endergebnis rein? Ebenwo wird das ja wohl auch noch hingehören. Okay. Ich klicke nicht mehr. Da ist noch was. Du kommst und das nehme ich auch mit. jetzt geht's aber hier. Schlag auf, Schlag doch. So, der und einer ist noch offen. Der ist noch offen. Du kommst da hinein. Juhu. Gut. Die Karten, die du brauchst, sind nicht zusammengelegt. Hm. Die Blueprints sind bereit. Aber, hand mir eine Karte und ich werde dir sagen, ob es richtig ist. Let's do this one by one. Achso. Ich muss es alles... Okay, ja. Da ist die falsche Reihenfolge nicht angezeigt. Fertig. Juhu. Dieses Teil könnte auch nützlich sein. Alles klar. Und er hat uns die einzelnen Dinger gegeben. Gut, dann gehen wir gleich zurück und hier ist die Zwerg offen. Ach nee, das war schon vorher offen. Okay. Dann gehen wir gleich zurück und kochen dem Typen da unten mal Kaffee. Aber ich lege erstmal eine kurze Pause ein. Ich bin gleich wieder für euch da. Macht's gut. Ich bin gleich wieder. Amen.